Die nächste Übung ist eine Kräftigungsübung bzw. eine Anspannungsübung. Hierzu benötigen Sie einen festen Ball. Es eignet sich sehr gut ein Tennisball oder in diesem Fall ein Faszienball. Der Kasimir umfasst den Ball und drückt ihn für 20 Sekunden so fest er kann zusammen. Therapeutisch empfehlen wir eine Wiederholungsanzahl von 5 Wiederholungen a 20 Sekunden.